Willkommen zu diesem Video zum Thema Kollagen. Kollagen ist etwas, mit dem wir uns die letzten Wochen nochmal sehr intensiv auseinandergesetzt haben, wo ich auch selber einfach immer wieder krass erstaunt bin, wie wirksam das eigentlich ist und wie wichtig es auch ist, auf seine körpereigene Kollagensynthese zu achten. Kollagen ist der Stoff, der dich zusammenhält. Das ist wichtig für deine Haut, ca. 50% deiner Haut bestehen aus Kollagen, für deine Gelenke, für deine Knorpel und vieles mehr. Aber leider führen wir zu wenig Kollagen über Nahrung zu und der Körper kann meistens Kollagen gar nicht mehr so gut selber bilden. Darum geht es in diesem Video. Du erfährst nämlich, wie du deine körpereigene Kollagensynthese anregen kannst, wie du auch Kollagen von außen zu dir führen kannst, um das nochmal zu optimieren. Kollagen hat viele Vorteile. Zum einen brauchst du es für die Haut, Kollagen fördert die Hautfeuchtigkeit, die Elastizität, einfach die Hautstruktur. Es gibt einige Studien, die zeigen, dass die Faltentiefe deutlich abnimmt, wenn man auch Kollagen zu sich führt. Kollagen ist wichtig für deine Gelenke, für deine Knochen, für deine Knorpel. Kollagen spielt aber auch eine große Rolle bei der Darmgesundheit. Kollagen sorgt dafür, dass diese Tight Junctions, diese Proteinverbindungsstücke zwischen deinen Darmzellen stabiler bleiben. Dadurch kann, wenn du bist, der Darmintegrität, der Körper kann besser regulieren, was er denn eigentlich ins Blut lässt aus dem Darm. So Thema Leaky Gut. Die Kollagenproduktion nimmt natürlicherweise so zwischen 30 und 40 ziemlich schnell ab. Das heißt, es ist da besonders wichtig, dass man einfach auf die Kollagensynthese achtet, auf eine gute Nährstoffversorgung und so weiter. Aber es ist auch für junge Menschen wichtig. Also auch ich in meinem Alter achte gut auf meine Kollagensynthese und auf meine Zuführung von Kollagen und profitiere auch davon. Für die Synthese von Kollagen brauchen wir vor allem drei Aminosäuren. Das eine ist Glycin, das andere ist Prolin, das andere ist Lysin. Und Glycin scheint hier die wichtigste Rolle zu spielen. Das ist häufig so der Flaschenhals, das ist die Aminosäure, wo wir meistens zu wenig davon haben. Der Körper kann das teilweise selber herstellen. Wir nehmen etwas über Ernährung auf, aber häufig fehlen noch so 5 bis 10 Gramm Glycin, die wir einfach über die Ergänzung auch teilweise oder auch über gezielte Ernährung zu uns führen sollten. Und welche Nährstoffe wir neben diesen Aminosäuren noch brauchen, sind Zink und Kupfer, Vitamin C ist ein wichtiger Kofaktor, dann Vitamin A und MSM ist zu nennen. Und MSM, also organische Schwefel, ist über die Ernährung eher schwer zuzuführen. Da kann es wirklich Sinn machen, das auch als Ergänzung zu sich zu nehmen. Ein gutes Produkt finde ich, das Vulkanstark von Naturtreu. Auch dazu findest du einen Link unten in der Videobeschreibung. Kommen wir mal dazu, was du essen kannst, welche Nahrungsmittel du essen kannst, um mehr Kollagen selber zu produzieren. Da sind jetzt einige Pflanzenstoffe dabei. Bei diesen Pflanzenstoffen ist es tatsächlich so, man weiß gar nicht genau, wie sie eigentlich agieren. Sie setzen irgendwo im Stoffwechsel an und haben irgendwie eine positive Wirkung auf die Kollagenproduktion und man weiß es eben noch nicht ganz wie. Man stellt aber auf jeden Fall diese Wirkung fest. Das Erste ist Knochenbrühe. Knochenbrühe, schön ausgiebig gekocht, ist voller Kollagen selber, das wirklich gut verfügbar ist. Das kann der Darm auch in größeren Peptiden aufnehmen und nutzen. Aber Knochenbrühe liefert dir eben auch viel von diesen Aminosäuren, insbesondere Glycin, die wir brauchen und viele andere Spurenelemente und Mikronährstoffe. Dann ein weiteres Lebensmittel ist Leber. Leber als absolutes Superfood liefert dir wirklich alle Nährstoffe, die du für die Kollagensynthese brauchst. Würde ich mindestens einmal in der Woche auf den Speiseplan setzen. Ein weiteres Lebensmittel ist Kurkuma. Kurkuma wirkt stark entzündungshemmend und zeigt eben auch fördernde Wirkungen auf das Bindegewebe und die Kollagensynthese. Das gleiche gilt für den besten Freund von Kurkuma, nämlich Ingwer. Was auch positiv wirkt, ist Knoblauch als weiteres Lebensmittel. Ich schätze mal, dass es tatsächlich auf den Spefügehalt im Knoblauch zurückzuführen ist, der hier positive Wirkung zeigt. Denn bei Knoblauchkonsum, sagt man, baut sich der Knorpel langsamer ab und es wird die Regeneration gefördert. Zwei wertvolle noch pflanzliche Lebensmittel sind einmal Blaubeeren und Hagebutten. Beide sind wirklich voller Polyphenole und Flabonoide, die hier eine positive Wirkung haben, die antioxidativ und anti-entzündlich wirken können. Und was auch noch zu nennen ist, ist tatsächlich Grün-Tee, insbesondere Matcha-Tee, denn Matcha-Tee ist besonders reich an EGCG, das ist ein sekundärer Pflanzenstoff, der nochmal eine starke anti-entzündliche Wirkung zeigt, auch besonders auf die Haut. Es puffert freie Radikale, die durch UV-Schäden entstehen. Was man natürlich auch noch sagen muss, es kann durchaus Sinn machen, Kollagen auch von außen zuzuführen. Zum Beispiel als Nahrungsergänzung. Kollagen ist eins der bestuntersuchtesten Nahrungsergänzungsmittel überhaupt. Direkt nach Vitamin D und Omega 3 kommt Kollagen, was so die Studienanzahl und die Evidenz angeht. Und hier hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass Marines Kollagen aus Fisch anscheinend potenter ist als Rinderkollagen, das ist was wir empfehlen. Und dann kannst du natürlich noch Kollagen auch teilweise über die Nahrung aufnehmen, wenn du eben Knochenbrühe isst, wenn du Schmorfleisch isst, wenn du Sehnen isst, wenn du auch Fischhaut isst, wenn du Haut von Hühnern isst oder Gelatine fällt mir jetzt auch noch ein. Das wären so Lebensmittel, die man auch noch ab und zu in den Ernährungsplan integrieren kann. Jetzt hast du einen schönen Überblick dazu, was Kollagen eigentlich ist und welche Lebensmittel du auch essen kannst, um deine eigene Körpersynthese anzuregen. Schreib uns gerne mal deine Erfahrungen mit Kollagen in die Kommentare rein, würde uns sehr interessieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut, bis dann, ciao, ciao.